Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute am Freitag, dem 17. Januar 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 768. Und heute habe ich die folgenden Themen. Blockchain, Werbung, Bose, Android 10-Zwang, Smartphones und Drohnen. Ja, die Drohnen lassen wir weg. Ich beginne gleich mit der Blockchain. Ein Schweizer Startup hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Betreibungsauskunft in die Blockchain zu schieben. Das mit dem grossen Vorteil, wie halt generell Geschichten, die über die Blockchain laufen, dass sie fälschungssicher sind. Das heisst, wenn man einen Auszug oder seinen Leumund abgeben möchte, kann man davon ausgehen, dass es darüber dann passt. Wo man bei anderen Geschichten ja teilweise auch nachforschen muss oder nachfragen darf oder muss. Interessant. Wie findet ihr das? Gerne sonst mal über die Kommentare oder auch über Social Media, wie das Ganze dann bei euch ankommt. Weiter geht's mit Werbung. Solche plant anscheinend Huawei, jetzt gehen wir mal ein bisschen in Gerüchtegeschichte, mit EMUI 10, dem Betriebssystem, dem eigenen, was sie haben, über den Android drüber. Da drin soll anscheinend eine günstigere Version dann rauskommen von ihren Smartphones. Dafür soll es im Betriebssystem drin Werbung geben. Hat Xiaomi auch schon versucht, ganz viel Häme eingesteckt und ob das der beste Weg ist, ich denke mal nicht. Ich glaube, man hat aktuell andere Probleme, die man vielleicht zuerst angehen sollte, müsste oder könnte. Bose ist ein Kopfhörhersteller, den es schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Er hat aus 1964 gegründet, hat einiges an Filialen weltweit verteilt und da werden jetzt bis auf 100 alle geschlossen, nehme ich an. Das liegt unter anderem ein bisschen am Online-Shop-Verhalten. Da braucht es halt leider einfach nicht mehr ganz so viele Shops offline in diesen Städten und überall. Eine unschöne Entwicklung, aber leider hält das auch Bose nicht davon ab, da einzugreifen. Google hat ja schon vieles versucht, um die Diversifikation oder die Gradget zwischen den einzelnen Betriebssystem-Versionen einigermassen schöner hinzubekommen. Also ähnlich wie Apple, dass irgendwie, glaube ich, 80, 90 Prozent der User innerhalb von kurzer Zeit auf die neue Version wechselt. Das möchte natürlich auch Google oder Android besser gesagt erreichen und da möchten sie wieder mal was versuchen. Das hat man vor ein paar Jahren schon mal versucht, hat nicht geklappt, die neuen Geräte zu zwingen, mit Android 10 rauszukommen. Also neu zertifizierte Geräte, die aktuell rausgehen, müssen Android 10 draufhaben. Wie gesagt, hat man auch schon mal versucht, hat nicht funktioniert. Könnte jetzt aber besser gehen, weil man doch unter der Haube deutlich mehr geschraubt hat in den letzten Jahren. Und ja, aber ja, da merkt man halt wieder, Google hat schon andere oder noch andere Probleme oder vor allem andere Probleme, wenn man die Pixel-Phones aktuell anschaut und wie da die Updates kommen. Aber ja, das ist ein anderes Thema. In diesem Sinne, das war's mit den Themen heute. Oder möchtet ihr die Drohnen noch haben? Ja, nehmen wir doch die Drohnen auch noch mit. Nein, Apple hatten Drohnexperte eingestellt, also angeheuert, gesucht und anscheinend auch gefunden. Das soll unter anderem dafür da sein, geht man zumindest davon aus, für die Maps-Geschichte, um die besser abzubilden. Weil da ist man aktuell schon mit Drohnen unterwegs und wenn man da natürlich mit Drohnen unterwegs ist, hat man verschiedene Gesetze, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Verbote etc. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man sich da ein bisschen Verstärkung an Bord hält, denke ich doch mal. Ja, das war's mit den Neuigkeiten und jetzt darf ich endlich verkünden, das war's jetzt, die letzte Folge dieser Woche. Ab nächster Woche ist der Achim wieder für euch da. Ja, das gab jetzt ein bisschen Aufstau durch die CES. Aber ja, euch ein schönes und erfolgreiches Wochenende, für die, die in die Arbeiten gehen dürfen, müssen oder möchten. Natürlich viel Spass, ich bin auch einer, der dazu gehört. Und an all die anderen, geniessen Freitag und das Wochenende. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.